Bei einer Silvesterparty in einem Taiwaner Hafen explodierten nicht nur die Silvesterkracher. Auch die berühmte gelbe Riesenente, die als Attraktion in dem Hafen zu sehen war, explodierte, und zwar pünktlich um Mitternacht. Die 18 Meter hohe Gummiente überlebte im Taiwaner Hafen nur 11 Tage. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin extra gekommen, um die Ente zu sehen. Laut den Veranstaltern könnten zwei Gründe zur Explosion geführt haben. Eine ist die zweitägige Reinigung, die die Nähte der Ente porös und rissig gemacht haben könnte. Zum anderen die Temperaturschwankung. Rund um die Uhr wurde die Ente mit heißer Luft betankt. Außerdem stieg die Außentemperatur nach einigen Tagen Regen stark an. Um die Fans zu trösten, stellten die Veranstalter eine kleinere vietnamesische Ente auf. Die Riesenente wurde seit 2007 bisher in 13 Städten in neun Ländern gezeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017